ich war gut ja ich würde sagen bis grandmaster kannst du war relativ easy fast einpicken und ist relativ gut erfolge haben ich glaube ich jetzt mit zwei accounts gleichzeitig rein so wie auch gar nicht mehr so kurz machen wir den charlotte warum deine haare weg ich habe einfach keinen bock mehr darauf die waren einfach also die haben genervt ziemlich genervt der karl ist auf jeden fall todium die runde war schon vorher nicht gut und jetzt sind die leute noch mehr tanky geworden das ist dieser mini burst bringt ja nicht mehr viel dieser mini was ist prozentual einfach weniger gewonnen das ist auf etwa den karlix engel für mich immer mehr zum karlix engel alter das ist das beste kann sich jemals gespielt oder wie schon crazy schon sehr sehr gut warum sehr gut die haben nur eine aufdeckung und das kein ansonsten null aufdeckung und das ist alles das ding ist sind alles geht schon sehe ich mit groß klären kann alles andere und deswegen ist es schon sehr sehr gut gut ist das gecallt ich jetzt ich jetzt glaube ich geintet ich habe voll vergessen dass twitch was nehmen kann in seiner passive bitte wird uns nicht deine e ich war mir nicht sicher wie low die alle rahmen die waren also der kane mit full life in aber was gehen können ok kinox ist ja so gut auf fucking warte mir i can't believe it warum ist er so gut auf dem schon blitzig was machen die da warum geht denn nicht viel botkabel jetzt gibt sie mir die botkabel oder wie die chasen mich da das ist voll geil für mich kinox ist ja so gut auf die kinox ist nicht Ich glaube das ist schlecht, look at this. Minimalki ist einfach am stören. Schon geil. Nice. Der Typ ist einfach am Smurfen. Ich brauche meine Boots, dann glaube ich kann ich den Cain killen. Scheiße. Ich hab das brutal war nicht das Play. Ich werde probieren es halt zu laufen, ne? Ah. Actually crazy, dass sie so gut sind. Dass sie das gewinnen können. To be quite honest. Stop him, we can. Yep, we can at least. Oh mein Gott. Dann wäre ich ja der nicht gekillt Winkel. Ich weiß nicht ob die Bardock da tatsächlich boof war. Ich bin mir doch nicht sicher. Mann. Scheiße, Alter. Das fucking der Name hier hat ihn gerettet. Mate. Das ist alles so close. Der Cain hätte auch schon von Anfang an sterben sollen. Ich muss nur seine Dings sidestappen. Dieses fucking Game schon wieder, Mann. Alter, ich weiß nicht was ich gerade tue, ey. Das war so schlecht gespiegelt. Innen rauskarten sollen. Alter, ich kann es nicht fassen, dass die Entsungen gehen, die ich mal hineinmache. Ey, schon wieder ein Leben. Ich raste gleich aus. Okay, der Jhin ist mich reingeschwitzt, weil das jetzt geht jetzt einfach Jhin töten. Jhin chasen. Auch wenn wir der dummen Scheiße gehen können. Oh. Ich fand das jetzt wie der Kayn die Lamy retten wollte, aber es ist einfach nicht gegen. Oh mein Gott. Ich hab den Towershot getankt. Scheiße. I mean, Varsame bekommt dafür Flash-Ult von dem Viktor. Kayn hat keinen Flash. Glaub ich. Also ich glaube nicht, dass sie den Dragon kriegen. Also ist nicht so schlimm. Vielleicht willst du Go-Earth sein. Ich schwitze aber ohne Ult, ne? Nice, wichtiger Out-Attack. Holy shit, Mann. Das sah so aus, als wenn Svein alle gewonshotted hat. Aber das war Twitch, ne? Ich glaube, das ist eigentlich schon nicht gut. Äh, das ist schon nicht schlecht. Twitch sieht sehr stark aus, ja. Ich glaube, wir werden das schon sehen. Da wird sich irgendjemand trauen, eine Twitch-Jumie zu spielen. Einfach, Keydox ist einfach um Smurfen, der Kayn bügelt. Der Kayn ist einfach so gut auf Vladimir. Ich werfe nach oben dann. Er hat keinen Flash. Ich glaube, das war's mit dem Game für die Gegner. Alter. Der war schon einfach alles. Ich hab btw immer noch angerufen. Ich hab's grad schon wieder angerufen. Das ist absurd. Es ist so crazy. Ist das ein Bot, der mich angerufen oder ist das eine Person? 18 Uhr ist Feierabend bei denen. Ist das so? Ich hab's gar nicht gesehen, dass er noch die Beat ist. Shit, 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 shit. Ich hätte mal rechts rauskriegen können. Ich wollte die Kayn-O-Union, ehrlich gesagt. Oh, ja. Das hat ihm Tazaku gefeiert, dieser Slow. Nein, nix. Kennen Nami. Frag ich mich auch um. Oh, 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 oh. It's okay, report me, please. Ah! Alter, ich bin schon wieder da. Ach, warte mal. Dankeschön fürs Game, Mr. Keynox. Okay. Keine Ahnung, wie der jedes Mal Top-Lane so zerstört. Es ist crazy. Wie kann der jedes Mal so krass von mir reinmachen? Dass er auch was als Sona Main macht. Er spielt sonst eine Sona und fucking Jenna. dimensional. Alles gut. Aber es kann gar nicht impressionen formasitäten.